Morgen, ich bin der Simon und ich zeige euch jetzt mal, wie so ein normaler Tag bei mir im Sommer aussehen kann. Wir sind jetzt hier im M.H.C. und trainieren jetzt erstmal den ganzen Morgen und stehen wahrscheinlich einfach mal mit. Ja, manchmal ist das ein bisschen früher, aber jetzt habe ich mich da gewöhnt. Geht schon? Ja, passt. Trainingsplan hier, aber das ist auf dem Handy individuell eingestellt vom Adrian, unserem Coach. Und Marische. Wir gehen jetzt was essen, wir sind fertig beim Training. Danach gehen wir auf den Golfplatz und spielen ein bisschen Golf. Hi, kommt rein in meine Wohnung. Ich bin jetzt hier neu eingezogen. Mit den Jungs wohnen wir hier mit fünf anderen Mitspielern in der Wohnung. Und bin jetzt seit zwei Wochen hier in der Wohnung. Ich fahre nicht immer direkt nach dem Training heim. Ich fahre manchmal zu meinen Eltern nach Hause was essen, aber eigentlich einmal, zweimal in der Woche fahre ich nach Hause zu meinen Eltern. Ich wohne jetzt seit zwei Wochen hier mit den Jungs, mit Stefan, Matthias, Aki, Fabri und Tom. Habe ich noch nicht kennengelernt, aber wir werden uns bestimmt noch mal kennenlernen. Ja, beim Stefan ist immer wieder Freitag, so eine kleine Party. Da grillen wir immer und essen und trinken zusammen Freitags. Und sonst, ja, mit Aki, Aki, Pilu, kenne ich ja schon mein Leben lang. Deswegen sind auch oft unterwegs. Wir gehen heute golfen mit drei Jungs, mit Taro, mit Paul und mit dem Ehrengast Tim Stützel. Tim kenne ich jetzt schon so lange, also ich würde sagen, seit U12 sogar, haben wir immer gegeneinander gespielt. War ja noch in Krefeld und dann ist er ja zu U20 zu uns gewechselt, da haben wir drei Jahre zusammengespielt. Bis er dann hier zu den Adlern gekommen ist und dann nach Amerika, also Ottawa halt. Also schon ewig eigentlich. Das ist mein Let's Golf Polo, das brauche ich eigentlich, ist okay? Na, ist... Ja, top. Und meine Socken. Meine Golfschuhe, mit denen gewinne ich alle Turniere. Alle Turniere, alle Spiele. Ohne die geht gar nichts. Und die müssen mit. Der Wolfi, der will die auch. Kappe, Sonnenbrille, Handyschlüssel, Geldbeutel, Golf-Ton. Die Tasche. Ich habe alles. Ja, ich muss den Kopfschleck. Oh mein Gott! Fetzt es entweder richtig auf oder gar nicht? Kann ich so? Naja... Aber... Das ist so... Das ist... Das ist... Du bist einfach nicht mehr jung genug! Vorher hast du das normale auf gehabt. Schaut viel besser aus. Wir sind jung geblieben. Wir beide sind jung geblieben. Ich weiß nicht was ich essen soll. Wir sind nicht so erwachsen wie du, richtig? Ja, hier. Dankeschön! Wir sind jetzt hier. Golfclub Sandler und Rot. Jetzt geht es richtig auf das letzte Spass vorbei. Jetzt geht es um alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schaut zur Krang raus! Schaut 快 nach quadrundung! Schaut plasser.... Was man dann mit dem ZDF für funk? Ja, ich weiß nicht. Hier kann ich, wie du sie mit dem ZDF für funk? Der muss eingestellt sein heute. Hast du das gesehen? Ich hab das Ding aufgeschossen. Der war nix. Der war nix. Nee, den kannst du nicht aufnehmen. Kannst du nicht aufnehmen. Nee, der war nix. Mann! Fünf geht gar nicht heute. Ich mach meine Schläger jetzt sauber. Ich brauch dieses saubere Blatt. Sonst geht gar nix. So, oder? Mach einfach schön, wie du ein Gefühl hast. Stark, Junge. Ist das geil oder ist das geil? Ist das ein super Schlag. Ist das geil oder ist das geil? Spitzig. So warm. Achtung! Überholen! Sauber, Tim. Wow! Ja, wir sind hier. Das ist geil oder ist das geil! So, wir sind das geil oder ist das geil oder? Bis zum nächsten Mal.